Hallöchen, willkommen zurück zu Norco. Ich musste nachkicken und zwar müssen wir hier zwar beten, aber nicht einfach warten, sondern wir müssen mit der App drauf. Irgendwo hieß es dann, gibt es eine geheime Message? Ah, das ist Porpo. Ähm, ah. Catherine, ziemlich stichte Zelle, nicht wahr? Ich war in tiefem Gebet versunken, während ich auf dich gewartet habe. Das Ergebnis stand nie in Zweifel. Du hier, der Bote, hier. Ein von Gott geschaffener Augenblick. Die Zeit wird deinem Körper zersetzen, aber du bleibst nicht auf dieser Erde. Ich bringe dich zurück zu den Sternen. Der Vogelfreak glaubt, dass er eins wird mit der Unendlichkeit. Vernichtung ist das einzige Zuhause. Ich habe dir einen Schlüssel hinterlassen. Meinen liebsten Jungen. F... F-Fatter. Das nehmen wir mal auf. Und zwar genau deswegen. Mit dem Zeitschloss. Genau dafür brauchen wir das. So. Das Fass platzt in dem Moment auf, als Catherine das Schloss entfernt. Alter Lachs. Ein Garrett. Mann. Was für eine Scheiße. Wer bist du? Was ist das? Ich muss hier raus, raus, raus. Ich muss raus, ich muss raus. Entspann dich. Wir werden dir nichts tun. Wo ist er? Er ist nicht hier. Du bist in Sicherheit. Wir brauchen einen Schlüssel. Hast du einen? Ich habe einen Schlüssel. Ich habe einen. Und jetzt bewegt dich zum Teufel. Ich muss gehen. Mann. Gehen. Gehen. Alter Lachs. Garrett springt von dem Fass herunter. Schiebt sich an Dennis und Catherine vorbei und öffnet schnell die Tür. Naja. Ich schätze, das war der Schlüssel, den Popo gemeint hat. Ich will in diesem Einkaufszentrum keine Sekunde länger bleiben als nötig. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich auch nicht gehen wir. Oh Mann. Äh. Ja. Dann sollten wir da mal raus. Und zwar immer schön. Den Fußspuren entlang. Der Hauptgang ist offen. Wie nice. Wird dir das denn gemacht? Das war grauenvoll. Schlimmer als das Rathaus. Wir haben den Stein. Und jetzt? Jetzt bringen wir ihn zu Super Duck und bekommen unser Geld. Ja, dann. Schweifen wir mal. Super Duck. Super Duck. Macht was immer. Super Duck macht. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Wollen wir auch mal draufdrücken? Naja. Da ist er. Wie herrlich. Ich hoffe, es war nicht allzu schwer. Es war absolut unerträglich. Ja, ja. Gib ihn uns. Hm. Nom. Köstlich. Es ist unser. Das uralte Wissen über den Kosmos. Wir fühlen es schon in unseren Wurzeln. Wie es brennt. Ja, das habt ihr beide gut gemacht. Also, wenn es brennt, ah, sollte man das vielleicht überdenken. Es war eine lange Nacht, aber jetzt ist sie vorbei. Die Sterne strahlen irgendwo am Himmel. Nicht hier, aber irgendwo. Es ist noch etwas Zeit vor dem Morgengrauen. Ihr wart nicht schlecht. Es hätte schlimmer ausgehen können. Wir haben dir ein wenig Geld geschickt. Es ist sinnlos, heute Nacht zu verzweifeln. Dafür ist später noch genug Zeit. Nimm das Geld. Geh nach Hause. Vergiss diese Nacht. Stirb in Frieden. Leb wohl. Dankeschön. Herungenschaft dreigeschaltet. Akt 2. Nice. Ist alles für ein bisschen Cash. Und wir sind bei Akt 3. Ferne Lichter. Hey, Leblanc. Hey, Kleine. Ich lasse dich nur für ein paar Stunden allein und schon gehst du beinahe drauf. Du hast Glück gehabt, dass ich vorbeigekommen bin. Äh, was ist passiert? Wer bist du? Ich hatte gehofft, dass du mir das sagen kannst. Ich bin von der Bar nach Hause gegangen und an deinem Haus vorbeigekommen, als ich auf einmal einen Schrei hörte. Ich bin ins Haus gerannt und habe gesehen, wie dieser verfluchte Roboter dir ans Leder wollte. Ich habe mein ganzes Magazin in ihm gelehrt, um ihn auszuschalten. Danke. Kathrin würde mich mein Leben lang heimsuchen, wenn dir etwas zustieße. Okay, ist Milian noch am Leben? Ich glaube kaum, Kleine. Milian ist bestimmt noch immer in deinem Haus, in tausend Teilen auf dem Boden verstreut. Ich will es dir nicht zu schwer machen. Ich weiß, dass der Roboter lange zu deiner Familie gehört hat. Du bist nicht so weich wie dein Bruder, darum sage ich es dir direkt. Ich habe ihr nie vertraut. Nie. Als ich hörte, dass Kathrin sie zu sich nach Hause geholt hat, dachte ich mir schon, dass es noch Ärger geben würde. Milian ist von St. Clair. Deren Hauptgeschäft ist Unternehmenssicherheit und Spionage. Sie lassen so ein Ding nicht einfach so weglaufen. Wo immer sie auch landen, ist genau dort, wo Thomas St. Clair sie haben will. Sie lauschen und beobachten. Kathrin ist für diese Leute von Interesse. Sie haben ihre einzige Schwäche ausgenutzt, ihre Schuldgefühle. Sie hat sich die Schuld an Blues totgegeben. Sie hat ihm das Leben eine Zeit lang zur Hölle gemacht. Und er arbeitete so viel, um seine Ruhe zu haben. So hat es mir mein Vater jedenfalls erzählt. Klingt nachvollziehbar. Sie haben sich auseinandergelebt, haben wir glaube ich am Anfang irgendwann mal gehört. Sie hat sich durch die Gefühle anderer nie von ihren Zielen abbringen lassen. Selbst wenn sie sich dafür schuldig fühlte. Aber so wie ich das sehe, hat Kathrin versucht, den ganzen Kummer mit Blue irgendwie zu kompensieren. Vielleicht war der Roboter für sie wie eine, naja, Art Ersatz für ihn. Sie brachte dem Roboter die Liebe entgegen, die sie Blue immer vorenthalten hatte. Meinten wir aktuelles ihr, danke. Und so ließ sie einen Spion in ihr Haus. Okay, wo bin ich? In meinem Büro in der Apple Street. Detective Pardew. Ah, die hier immer zu war. Und wer bist du? Tu mir das nicht schon wieder an. Ich bin bekannt, hörst du? Jeder kennt mich. Das ist ziemlich viel, ich weiß. Ich will dich nicht noch mehr unter Druck setzen, aber wo zum Teufel ist dein Bruder? Hast du ihn noch immer nicht gefunden? Wir haben ihn gesucht als Million-Angriff. Ich will ehrlich sein. Ich glaube nicht, dass Million jemals wirklich nach Blake gesucht hat. Blake. So hieß doch auch die göttliche Kugel in unserer, im vorherigen Akt mit Catherine. Okay. Ich glaube, sie hat etwas anderes gesucht, aber ich weiß nicht was. Wenigstens macht sie jetzt kein Ärger mehr. Hoffe ich jedenfalls. Aber wir sollten lieber auf Nummer sicher gehen. Am besten gehen wir zum Haus zurück, sehen nach dem Bot und suchen nach weiteren Hinweisen zu deinem Bruder. Da war dieser Anrufbeantworter auf dem Schreibtisch, bei dem mir fast die Ohren abgefallen sind. Den könnten wir überprüfen. Oh, und bevor ich es vergesse. Du hast dein Telefon verloren. LeBlanc schiebt dein Telefon über den Tisch. Aha. Es lag im Haus auf dem Boden. Die Toilette ist da drüben. Wasch dir das Gesicht und dann geht's los. Alter, die Toilette ist direkt in... Was? Okay, okay, okay. Oh, sheesh. Ich will erst mal in die Mindmap gucken. Million war eine Spionin. LeBlanc glaubt, dass Million als Spionin für Thomas Sinclair genutzt worden ist. Wie auch immer. Sie sollte deine Mutter nicht aus den Augen lassen. Million. Gut. Dann hätten wir das auch... Ach, mit SK kommst du auch nicht zurück. Du musst alles hier klicken. Guck mal, was das ist geworden. Die Toilette ist da drüben, wenn du dich frisch machen möchtest. Wie will man sich denn hier frisch machen? Hallo? Das ist ein Scheißhaus und kein... Waschbecken. Nebenan beschweren sie sich, dass sie mich sehen, wenn ich auf Toilette bin. Hab ihnen gesagt, dass sie wegschauen sollen. Ich zwinge sie ja nicht zum Hinsehen. Aber ich glaube, sie mögen es auch irgendwie. So bleiben wir in Verbindung. Ich könnte noch viel mehr über dieses Loch hier erzählen. Würde sicherlich einen ganzen Sarg füllen. Alter, ist eher komisch drauf, ne? Da zähle ich die ganzen Toten, die ich gefunden hab. Man kann viele Leichen finden, wenn man danach sucht. Ist fast wie eine Schatzsuche. Okay. Schminke? Nicht anfassen. Oder würdest du, dass ich mich schminke? Äh, ja. Das wäre schon interessant. Gut. Das ist mein Büro. Hier geschieht Magie. Ziemlich cool, was? Okay. Das ist alles zu viel. Dachte mir schon, dass sie nach Catherines Tod großes Chaos hinterlassen würde. Behalte einfach nur einen klaren Kopf, ja? Wir werden Blake finden. Dann kannst du aus der Stadt verschwinden. Sie für immer vergessen. Verdammt. Wenn doch Platz im Pickup ist, komm ich vielleicht sogar mit. Ich hab ein Million vertraut. Wie gesagt, ich hab ihr nie vertraut. Keine Minute. Sie dienen wohl nur ein paar Augen für Thomas Hinclair. Gut. Dankeschön. Dann auf zur... Alles okay bei dir? Garrett? Ein Mann in einer Kampfrüstung. Ah, hat er seine Templarrüstung gekriegt, ja? Mit einem roten Kreuz drauf, beugt sich über eine Schildkröte auf dem Gehweg. An der Rüstung ist ein Namensschild befestigt, auf dem Garrett steht. Hi. Ach, er. Ich wollte nur... Wer zum Teufel bist du? Mann! Ich weiß, dass es komisch aussieht. Ich wurde von meinen Kollegen getrennt. Und dann habe ich diese Schildkröte gesehen und sie mir näher angeschaut. Was willst du von meinem Büro? Du siehst aus wie ein Perversling? Perversling? Ich sie aus wie ein Ritter. Wie kommst du auf Perversling? Hey, ich kann auch gehen. Was willst du hier? Ich will arbeiten. Und was? Was spirituell ist. Yoga zum Beispiel. Oder nein? Eher was mit Weltraum. Raketen. Wir kennen uns mit Testverbesserung aus. Gewicht heben. Sowas in der Art. Äh. Klingt total cool. Voll nach Kult. Das ist es auch. Wie ein Kult, nur cooler. Wenn du mitmachst, hast du sofort Freunde und einen Vater, der gern mit dir Zeit verbringt. Naja. Manchmal jedenfalls. Wenn wir auf dem Mars sind, wollte er mit uns Zeit verbringen. Wo hast du das Kostüm her? Das ist kein Kostüm. Warum reden immer alle von Kostümen? Ich bin ein Soldat Christi. Äh. Okay. Gegen wen kämpfst du? Hauptsächlich gegen Abschaum. Abschaum? Drogensüchtige Hipster und Punks in der Stadt, die uns als Nazis beschimpfen. Warum kämpfst du gegen Abschaum? Weil diese Typen glauben, alles besser zu wissen, aber in Wahrheit überhaupt nichts kapieren. Sie glauben, sie sind moralisch überlegen, aber das sind sie nicht. Sie machen die ganze Welt nur noch schlimmer. Wir stehen aber darauf, dass sie sie besser machen. Ich will nicht zu eurem Club dazugehören, klar? Ihr seid alle Loser. Hört auf, mich Nazi zu nennen. Ich bin kein perfekter Nazi-Mann. Ich bin nur ein Typ. Ich bin Caleb. Ich meine Garrett. Ich bin scheiß Garrett. Aha. Okay, wir sind deine Kollegen. Sie wollten mich vor dem Start abholen, sind aber irgendwie spät dran. Start? Ja, ähm. Was meinst du mit Start? Ich weiß nicht, Mann. Wir wollten eigentlich heute Nacht losfliegen, aber irgendwie wurde kurz vorher alles abgesagt. Ja, schön. Viel Spaß noch mit deiner Schildkröte. Werde ich haben. Danke fürs Vorbeischauen. Alter Lachs. Ah. Wir snoop für euch. Ja, wir können nicht mehr rein. Wollen wir erstmal nochmal zur Floodgate Tavern gucken. Gucken, was er hier zu sagen hat, weil wir jetzt mit ihm nur unterwegs sind. Schicke Telefonhülle. Nicht schlecht. Huh. Sowas gefällt mir. Mein Leben hat sich verändert, seit die Angels den Megabowl gewonnen haben. Das hat mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Ich hab mit dem Trinken aufgehört. Als Port den Pass abfing, hab ich zur Decke geschaut und gesagt, Herr, wenn du diesen Mann jetzt den Touchdown machen lässt, trinke ich nie wieder einen Tropfen Coors Light. Und so kam es. Seitdem hab ich das Zeug nicht mehr angerührt. Meine Tochter hat kein Wort mehr mit mir geredet, weil ich so viel gesoffen und mich so schlecht verhalten habe. Jetzt, nachdem ich ein paar Monate trocken bin, kann ich meine Enkelin endlich wiedersehen. Schön. Dafür muss ich den Angels danken. Sie hat mich gerettet. Gib mir mal das Titel von Kay. Okay. Nein. Diese Hülle sagt nichts über ihren Sieg aus. Ich werde das mal richtigstellen. Gas nimmt einen Marker aus einer Tasse mit Stiften und kritzelt etwas Unwieserliches quer über das Telefon. Schon besser, bitte sehr. Megabowl-Champs. Hut, hut. Headdrive-Klappen. Ach. Warte mal. Warte mal. Quack. 5 Dollar. Alter, ist das, ähm... wenig geworden. What the hell? Okay. Ich stehe einfach mal nach. Der Einkaufszentrum mit dem abgeschlossen. Interessant, dass wir das Handy von Mamouchka haben. Da sind dann auch noch... Ja, auch noch die Sprach-Memos drauf. Das ist in dem Messenger. Captain, wir schicken eine Vorauszahlung an den Wallet. Ja gut, okay. Das bringt uns auch alles nichts. Aber dass wir hier Head-Drive klein gucken. Keine Head-Drive-Verbindung verfügbar. Ach, das können wir dann, äh, zu Hause scheinbar machen. Ja, das, äh, bringt uns auch alles nichts. Gut. Gucken wir mal ganz kurz hier... ...den Garrett an. Die Garretts streifen durch Norco. Irgendwann streifen durch Norco. Sie tragen Plastikrüstungen und Namschilder, auf denen Garrett steht. Die Garretts. Ja, danke. Dann lass uns mal hier... ...bisschen durch Norco gucken. Ach, das ist hier der Roboter. Hm. Interessant, dass das jetzt in den Nachrichten ist. Wir berichten live von der Schild-Öl-Raffinerie in Good Hope, wo ein Fracht-Roboter in Flammen aufgegangen ist. Es wird davon ausgegangen, dass der Roboter nach der Kollision mit einer Gasfackel Feuer gefangen hat. Der Öl-Pirat, der unter dem Namen Lucky bekannt ist, wird in Verbindung mit dem Vorfall und einigen anderen Brandstiftungen gesucht, er gilt als bewaffnet und gefährlich. Dieser Typ hat schon alles möglich in die Luft geirkt. Ja, und wir haben geholfen. Soll aber... ...unser... ...ähm... Wie sagt man, das soll unser Problem nicht sein? Von Adorob, der wird im Wald im Fluss unter dem Damm repariert. Ja, schön und gut. Ist hier ein Garrett drin? Nein. Moment, was sagt denn der, wenn ich hier mit dem... ...Handy rumfuchtel? Sagt der irgendwas? Nee, passt schon. Ja, dann machen wir doch mal, was wir machen sollen. Wir gehen... ...noch nicht nach Hause. Lucky bist du da? Nein. Hm. Also weder... ...kennert schon... ...noch... ...Superdack-Gedöns ist irgendwie verfügbar für uns. No way. Okay. Ich bin einfach hier durch die Eingangstür gekommen, hatte fast gedauert, bis mir klar war, wo der ganze Lärm herkommt. Dann bin ich auf den Dachboden geklettert. Da war eine Leiter, die vom Dachboden nach unten in eine Kammer führte. Wie ein verdammtes Geisterhaus. Ich bin runtergeklettert und habe gesehen, wie der Roboter dich gewürgt hat. Also habe ich dich zur Seite getreten. War vielleicht ein wenig zu heftig. Das Gesicht des Roboters war offen. Million hatte... Scheiße, ich weiß nicht mal, was das genau da war. Eine Art leuchtenden Tumor in ihrem Kopf. Sie versuchte, ihr Gesicht irgendwie zu schließen. Aber da hatte ich schon meine Waffe gezogen. Ich schoss einige Male, bevor sie ihr Gesicht schließen konnte. Sie gab ein Heulen von sich und fiel hinten über. War nicht leicht, dich die Leiter hochzukriegen, aber irgendwie habe ich es geschafft. Lass uns nachsehen, ob der Roboter noch da ist. Vielleicht sollten wir uns in der Kammer auch nochmal umsehen. Kann ich? Das ist Shield Dimes zu Hause. Okay... Was machen die Garrets hier? Zwei Teenager mit billig aus in den Kostümen blockieren die Tür. Sie tragen jeweils ein Namensschild, auf dem Garret steht. Ist das das Gleiche? Ja. Das müssen die Kollegen sein, die der kleine Nerd vor allem an meinem Büro erwähnt hat. Der Blau blickt die Teenager an. Fröhliches Halloween! Ihr seht aus wie zwei Dosen Sodawasser. Runter von meinem Rasen, Bitch! Dann gehört ihr also zu dem kleinen Kerl von meinem Büro? Wir gehören zu niemanden. Wir hören auf niemanden. Wir sind abtrünnige Garrets. Na schön, wie auch immer. Wo zum Teufel ist Duck? Wo zum Teufel ist Duck? Das frage ich dich. Deus Wult, du Arschloch. Ihr seid echt schräg. Kann ich mit... Kann ich hier irgendwas anfangen mit? Der App scheinbar nicht. Ja, das wird mir jetzt auch nichts bringen. Nö, gut, dass er... Ach, ich wollte schon sagen, ich kann nicht zurück. Doch, doch, geht schon. Das Mausoleum? War das auch schon mal verfügbar? Mausoleumseingang. Kirche. Waren wir hier drin schon mal? Na der. Das Grab deiner Mutter ist beschädigt. Am Rand sind einige Risse zu sehen. So eine Schweinerei. Irgendjemand hat versucht, da reinzukommen. Wir brauchen eine Brechstange, um es aufzustemmen. Gut zu wissen. Ich weiß ja, wo eine liegt. Du näherst dich der Kirche und versuchst die Tür zu öffnen, doch sie ist verschlossen. Gut. Dankeschön. Hätten wir das auch. Mal gucken, ob sie immer noch wütend auf uns ist wegen der Katze. Und ist der zu? Nee. Hi. Die Sache mit Crouton habe ich noch nicht überwunden, falls du dich wunderst. Okay. Sorry. Dann eben nicht. Dann nicht. Oh, halt. Ich wollte da nicht rein. Dann gehst du dann erstmal nach Hause. Dann gucken wir mal. Ah, stopp. Ich geh mal kurz in den Hinterhof, denn hier müsste doch irgendwo eine Brechstange liegen. Naja. Die nehme ich jetzt immer mit. Du hättest die Brechstange vom Boden auf. Dankeschön. Dann können wir nämlich, ähm, das Grab aufstemmen. Uh, ich dachte kurz, da steht hier jemand. Ich würde tippen, es ist nichts mehr von ihr da. Von dem, von Million. Oh, doch. Okay. Genau da habe ich sie zurückgelassen. Sie wird nirgendwo mehr hingehen. Was zur Hölle hat Kevin hier drin gemacht? Echt unheimlich. Tja. Gucken wir mal. Schau nicht hin, Kay. Denk nicht mal dran. Sie war nicht die, für die du sie gehalten hast. Du fährst mit den Fingern über das zersprungene Glas von Millions Kopfblende. Scherben fallen auf den Boden neben ihren schlaffen Händen. Die Maschine regt sich nicht mehr. Kann man sie vielleicht noch aufstemmen? Okay, nein. In der Mitte zwischen befindet sich ein billiges Plastikgerät. Ja. Dann gucken wir mal. Keine WLAN-Verbindung gefunden. Was ist das für eine Spielerei? Treiber beschädigt. Gerät-Update erforderlich. Kate? Bring mich online. Dieser Anrufverantworter ist echt penetrant. Verbinden wir ihn mit dem Internet und sehen, was passiert. Ähm. Und wie? Kann ich nicht hier Head-Drive-Client hiermit verbinden? Oh, wie soll ich ihn da bitte schön verbinden? Ach, warte mal. Ach, das ist ein Störsender. Kann ich den ausmachen? Das ist ein militärischer Störsender. Einer davon reicht, um die gesamte Nachbarschaft. Hat kein Internet mehr. Kein Wunder, dass der andere Verantworter nicht online gehen kann. Um das Ding zu deaktivieren, braucht es jemanden, der sich mit sowas auskennt. Soll ich mal? Äh, sicher? Der Blot zieht eine Pistole. Ähm, das möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht... Ich kann auch nicht auf Escape. Na gut. Da steht jetzt Kämpfer auswählen, heilen, äh... ... Ups. Du kannst mir später danken. Okay. Das Ding sollte jetzt wieder online sein. Ja, äh... Sicher? Keine WLAN-Verbindung gefunden. Trabbe wenn... Aha. Installation abgeschlossen! Achtung! Wichtige... Ein-Aus. Funktionalität ist veraltet. Um mit dieser Instanz zu interagieren, installiere bitte deinen bevorzugten Head-Drive-Client auf deinem Mobilgerät. Weitere Informationen über Hosting-Optionen findest du auf der Webseite der Greater New Orleans Neural Versioning Clinic. Head-Drive-Client? Hast du einen installiert, Kay? Jupp. Das haben wir hier. Captain Madeira. Lokale Artefakte werden komprimiert. Abgeschlossen. Fernverbindung wird aufgebaut. Kay? Normaltierte Gegenstände. Kay. Ich spreche mit meiner Tochter. Catherine? Ja. Ich verarsche mich alle, weil ich betrunken bin. Gesichtsnummerierungsmodul Konflikt erkannt. Kannst du... Hat Kay angegriffen? Hat Kay angegriffen? Redest du von Million? Was ist Million? Wovon redest du, Kate? Wie zum Teufel können wir uns überhaupt unterhalten? Du ziehst das Telefon von Leblot zu dir rüber. Was ist mit Million passiert? Nummerierungsfehler ist tut mir leid. Ich kenne keine Million. Ich weiß nicht, was mit Million passiert ist. Ach, weil wir bestimmte Sachen gespeichert und nicht gespeichert haben. Okay. Bin Captain Madeira. 52 Jahre. Branchenkennung. November. Bla. 1.0.0. Ich laufe auf einem externen 32TB Head-House Laufwerk. Ohne Cloud Support. Woran erinnerst du dich? Erstmal als letztes. An den Stuhl, in dem ich saß. Der Raum war dunkel. Der Klinikarzt stellte Fragen. Nach dem Termin wollte ich mich mit SuperDuck treffen. Okay, SuperDuck. SuperDuck ist Ducks versioniertes Bewusstsein. Das was? Bitte noch einmal. Kate, warum wolltest du zu Ducks? Ich wollte zu SuperDuck, ein Ableger von Ducks. Eine Deformität. Aber warum, Kathleen? Wegen der Sache, die ich gesehen habe? Im See? Kay, warst du bei Ducks, wo sie, so wie ich es dir gesagt habe? Wir sollten lieber gehen und ihm noch einen Besuch abstatten. Das alles ergibt keinen Sinn. Okay, wenn du an mich denkst. Du bist mein Kind. Ist die Sitzung zu Ende? Meine Älteste. Ich weiß noch, wie du dich an meinem Bein festgehalten hast, als du als Baby laufen lerntest. Schön. Blue? Bitte etwas genauer. Was meinst du mit Blue? Er war dein Mann. Kay, kannst du mich hören? Kay, bitte. Ich weiß nichts über Blue. Habe ich Blue vergessen? Das Haus war dunkel und ich konnte die Gestalt nicht erkennen. War das Blue? Oh, wow. An Blake? Ich erinnere viele Dinge über Blake. Ich weiß noch, dass er weinte. Er wollte nicht, dass ich sterbe. Er bat mich nicht zu sterben. Bin ich gestorben? Okay. Was anderes. Wir müssen Blake finden. Was ist passiert? Mein Gott. Mein Sohn. Blake ist verschwunden. Blake ist verschwunden. Der ist ja verloren. Sein Gesicht ist nur noch ein Schatten. Kay, weißt du, wo er sein könnte? Blake ist verschwunden. Ist das Telefon kaputt? Pff. Kay, das reicht. Dieser Anrufverantwort hat Duck erwähnt. Lass uns bei Dimes vorbeischauen und mit ihm reden. Vielleicht weiß er, was los ist. Oh, das war aber jetzt nicht so prickelnd, ne? Eine Anti-Mail-Berwerbung in Dauerschleife. Schön. Alles, was recht ist. Oh, okay. Eine Karte von Lake. Ja. Hängt an der Wand. Mhm. Dann lass uns doch mal gehen. Erstmal hier die Mindmap abchecken. Million war mit einem Schuss in den Kopf getötet worden. Nachdem du das Headdraft deiner Mutter entdeckt hattest, ging Million auf dich los. Na blau war gerade in der Nähe hörte Geräusche und kam sie dir zu Hilfe. Ja. Gut, dankeschön. Dann gucken wir mal. Du wirst mir nur sagen, dass wir nach Dimes müssen, oder? Wie geht's dir denn? Sollen wir Duck einen Besuch abstatten? Ja, das sollten wir. Das ist das einzig Sinnvolle, was ich vom Handy ablesen konnte. Ja. Dann werde ich jetzt aber zuerst noch mal zum Mausoleum fahren. Und wir stemmen mal das Grab auf. Du machst dich an der beschädigten Abdeckung der Grabnische zu schaffen. Sie lässt sich mühelos aus der Fuge stemmen. Sie sichern dir das an. In dem verdammten Ding ist kein Sack drin. Da blöde sieht sich die Öffnung der Grabnische genauer an. Wer das auch immer war, hat sich keine große Mühe gegeben, es zu vertuschen. Okay, Catherines Ring. Das ist dieser Ring, den deine Mutter immer um den Hals trug. Den nehmen wir. Und der Brief, ein Brief mit schöner Schrift. Da steht, geliebte Kay, ihre Überreste sind in Sicherheit. Du wirst bald wieder mit deiner Familie vereint sein. War das Pau-Pau? Das ist doch hundertprozentig Pau-Pau gewesen, oder? Können wir das wieder zumachen? Nein? Deine Mutter stellte nach... Okay. Ähm. Passt schon. Wurde exhumiert. Ihre Überreste wurden aus dem Red Church Mausoleum gestohlen. Ja. Den falschen Ring. Haben wir dabei. Wofür auch immer wir den noch brauchen werden. Ach. Auf jeden Fall gucken wir jetzt hier nochmal. Hi. Deals Wult, du Arschloch. Entschuldige, Junge. Werd nicht frech, ja? Ich muss euch wohl den Arsch versohlen. Äh, äh, echt? Machen wir dir die Toten kalt? Ich... Ich weiß nicht, Mann. Ich mein, ich... Ich könnte natürlich... Schnauze, Garrett. Ich... Ich... Kann... In dem Ding nix sehen. Bleibt standhaft. Die Barbaren stehen vor dem Tor. Der Jugendliche wendet sich laut zu. Jetzt bist du dran. Sollen wir ihn abknallen, oder was? Was? Oh, Mann. Okay. So ein Scheißteil! Was im Teufel war das? Lasst uns nach Duck sehen. Ich mach mir ernsthaft Sorgen. Haben die was fallen lassen? Nein. Erst mal die Tür angucken. Das Haus ist teilweise vernagelt. Du nimmst an, dass es die Überbleibsel von den Vorbereitungen auf den Hurricane sind. Okay, gut. Hey, Duck! Clay, bist du da, Bro? Der Alter hat sein Haus seit Jahren nicht verlassen. Was im Teufel haben diese Idioten mit ihm gemacht? Auf dem Schreibtisch liegt ein Brief in kaum leserlicher Schrift. Ich hätte nie gedacht, dass es so scheiße läuft. Es ist alles gekippt, als er uns das Kind der toten Frau fesseln ließ. Was? Kind der toten Frau? Okay, denkst du? Dann warf er Johns Kopf ins Wasser. Alter Popo? Was zum? Und Johns Augen? Das waren nicht seine. Sie leuchteten. Das werde ich nie vergessen. Alle Garrets bei der Rakete schlichen umher und haben seinen Kopf gesucht. Ich mochte John nicht, aber trotzdem hätte er ein Begräbnis verdient. Wir wissen, dass er ihn irgendwo bei geografische Breite 30, ja, mhm, vom Boot aus ins Wasser geworfen hat, aber das Seewasser ist so trübe, dass wir nichts erkennen konnten. Äh, ich mach mir da mal kurz ein Foto. Mach mir da mal ganz kurz ein Foto von den, äh, geografischen Daten. Falls wir das nicht selber irgendwie angezeigt bekommen, dann wenn wir danach suchen sollten. Ich glaube nicht, dass wir ihn noch finden werden. Das wäre erstmal alles. Passt auf euch auf. Die Koordinaten liegen im Lake Pontchartrand. Sie suchen im Sumpf. Okay. Dann haben wir den Brief. Steck ihn ein. Das ist die heißeste Spur, die wir haben. Dieses Kind der toten Frau könnte dein Bruder sein. Ah ja, das stimmt. Wir gehen aber trotzdem jetzt erstmal in die Bib rüber. Oh. Ach, Bro. Duck, hey, hey! Duck sitzt zusammengesunken auf seinem Bürostuhl. LeBlanc packt ihn an der Schulter und schnippt mit den Fingern vor seinem Gesicht. Er atmet. Wach auf, Duck, wach auf! Ducks Augen weiten sich langsam. Brett. Er versucht ein Lächeln. Wie läuft's denn so? Du siehst nicht gut aus, Clay. Wir sollten Hilfe holen. Ich hab nur ein Dickerchen gemacht. Sind diese kleinen Freaks noch immer da draußen? Wir haben uns um sie gekümmert. Duck wendet sich dir zu. Was ist mit dir, Kay? Hast du die Sachen deiner Mutter in der Raffinerie gefunden? Ja. Was hast du gefunden? Kann wir erzählen sie ihm? Bro, hat Catherine einen auf James Bond gemacht? Warum errascht dich das, Brett? Das passt zu Catherine. So war sie nun mal. Äußerlich betrachtet war sie ganz normal. Wie alle. Man merkte ihr nicht das Geringste an. Aber das war nur eine Tarnung. Ein Kostüm, das sie trug. Sie war schlau und spielte nie mit offenen Karten. Was zum Teufel ist hier los, Mann? Was machen die Halbstacken da draußen? Die beiden Kleinen sind vom Rest getrennt worden. Sie waren mit einer ganzen Gang hier und haben mich alles mögliche gefragt. Ich konnte ihnen nichts sagen. Alles nur wegen dieses Dings da. Er hebt eine zittrige Hand und deutet auf das Gerät auf dem Schreibtisch. Der größte Fehler meines Lebens, wie sie es finden konnten, ist mir ein Rätsel. Ich dachte, ich hätte es schon vor Jahren verloren, hat aber irgendwie zu mir zurückgefunden. Tja. Was zum Henker ist das? Vor allem wie in der nächsten Folge, Leute. Macht's Gutes an und ciao! Auf Wiedersehen!